Die Aufgabe der deutschen Vermögensberatung ist es, Menschen bei der Verwirklichung ihrer Wünsche und Lebensziele zu helfen. Unsere mehr als 37.000 Vermögensberater kümmern sich Tag für Tag um den Vermögensaufbau, die Absicherung und die private Vorsorge unserer mehr als fünf Millionen Kunden. Unser Ziel ist es, auch und gerade Menschen mit geringem Einkommen und finanziellen Möglichkeiten zu materiellem Wohlstand zu verhelfen. Denn unser Selbstverständnis lautet Deutsche Vermögensberatung. Vermögensaufbau für jeden.